Begib dich zum Bienen-Machine, was ist das denn? Na gut, dann fahren wir wieder mit dem Dollar-Felgenauto rum So Nur 300 Meter? Nein, ich weiß nicht Na gut, was ist mit dir passiert? Äh, danke Es ist... Es ist... Es ist jeder Wunsch Ja, ja, ich verstehe Du warst aus der Stadt? Klar, ihr seid weg, also ich dachte, ich würde... So, da sind wir Na gut Gehen wir hin und benehmen wir uns Wo sind denn die? Sitzt die da? Huh? Ein bisschen weniger Lifestyle-Goop Ah, Entschuldigung, ich versuche einen Schreenten Schuss, Frau Mann! Hey, Amanda Fabian Michael Hey, Mom Hi, Jimmy Sie zwei Ein Bild von Holistik Well-Being, ich glaube nicht Hey Maybe sie schreit mal ein Jahr zwischen ihnen Oh! Hey, das ist mein Sohn! Amanda, komm, ich habe eine neue Unikladung aufhörst, du musst du für ihn Hey! Hey! Buddy, ich werde dir poliert, dass du dir meine Frau ein bisschen Respekt zeigen Ja, ich werde dir das mal wiederholen. Ja. Ich denke, wir können versuchen. Alles, was ich für ist, ist ein Schuss. Neutral ground. Dr. Friedlander's office. Es ist perfekt. Alle von uns. Ich nehme Tracy und bringe sie dort. Willst du dich? Alles klar, du. Komm schon, du Idiot. Yoga? Nein, nein, Yoga. Okay. Du weißt, wo deine Freundin ist, oder? Ja. Los geht's. Warte, warte, warte. Aber was über den Zucker, Caffeine und Emulsified Pig-Fat-flavorten-Beverage? Wieder mal. Komm schon. Ich will nur noch was. Ich glaube, Tracy ist hier im Tattoo-Parlow. Ja. Das ist auch nur 900 Meter entfernt. Steig ein, endlich. Wir wollen schnell da hin. Was? Tracy bekommt ein anderes Tattoo? Nein, oh Gott, nein. Dieser Laszlo-Gerchen ist da. Laszlo? Dieser Scheiße? Was will er? Es ist Tracy, der etwas will. Sie will, zurück zufrieden und zufrieden, nachdem du und Uncle T ihre Cameo schlagen. Vielleicht sollten wir ihr mit dabei helfen. Vielleicht sollten wir. Hey. Let me ask you. Back there with your mom. That went okay, didn't it? Anything that ends with Fabians burst-Eardrum is more than okay with me. Yeah, I mean with me and your mom. I think it's an important first step in, like, the direction of okay, if you know what I mean. Here's the tattoo show. Fuck off! Willst du den hier verprügeln, oder was? Oh, ne, da ist ein Tattoo-Laden. Ah. Huh. I'm looking for something hip that, you know, says I'm capable of violence, but I'm awesome in the sack. So, listen, babe. If you want to make it in Vinewood, you gotta do whatever it takes. Even if whatever it takes is a depressed borderline alcoholic who hosts the third most popular talent show amongst the 40-year-old female demographic. So, you'll let me on the show if I blow you? Yes. And if you could wear some black lipstick, the little guy loves the goth vibe. Oh. Whoa. Laszlo. Dude, that was entirely out of context, bro. Jim. If you find the Yankslinger, sit on him. Laszlo here is gonna have a little cosmetic work done. Oh, whoa, whoa, whoa. Stay put, you lame ass mark. Sure, kid. What? Wow. Wow. Wieso, um letztes Augenbrau zu piercen? Das Nase zu piercen, um letztes Ohr zu piercen. Das Ohr ist ja schon. Piercen wir die Augenbraue. Joe, are you popping a fucking tent over here, you fucking psycho? So, die Nase auch noch. Ah, you made me a fucking hipster. Und das Ohr auch noch. Oh, ho, ho, that looks pretty. Here, let's get rid of this. Oh, my God. Papa Bear. What's daddy number two? Think about this. Let's not get him involved. Let's do it. That's the method you need to do, right? Now, I'm going to have to see. So, I don't know what I need to do with you. Ah, you butcher. Ich bin gespannt, was der tätowiert jetzt. Hey, hey! Ein riesen Pimmel anscheinend. Geil. Ich schaue die drei kleine Pimmelhäuser hier, auch. Ah, hier wir gehen. Nice. Hast du wie ein Kamerafot oder ein Misch? Oh ja, ich bekomme dir ein Misch. Ich schraue dich über die Hände mit. Du, 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 du. Oh, Gott. Hey, 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 hey. Schnipp, schnapp, Haare ab. Oh, das ist ein realer Schnapp. Pferdeschwanz, weg. Oh nein, das ist meine Signatur, meine Pimmelhäuser. Jetzt muss ich auf die Pimmelhäuser. Ich muss auf die Pimmelhäuser holen. Ich muss auf die Pimmelhäuser holen. Das ist meine Pimmelhäuser, was sie will. Ja, ohne dich auf deine Pimmelhäuser. Schau, okay, Leute, das war ein Schraub. Ich bin ein Schlauch. Ich bin ein Schlauch, ich bin ein Schlauch. Ich bin ein Schlauch, ein Schlauch. Die Pimmelhäuser sieht gut aus. Schau, okay, ich habe viel Schlauch in dieser Stadt. Aber ich meine, ich bin nicht ein Schlauch. Just do it. Ja. Okay. Okay, Trace, let's go. Wir müssen zur Therapistin kommen. So. Ich will, ich kenne dich oder was. Okay? Bye. Es ist niemals eine Familie, die Therapie braucht. Mein Pony. Wie sehe ich? Es ist nicht gut, ist es? So. Du kannst eine Tattoo-Gun benutzen. Für sicher. Es ist eine von solchen Fähigkeiten, die du in der Präsenz nehmen kannst. Du weißt, du kennst deinen Namen auf deine Sully's Ass. Eww. Bist du ernsthaft? Komm schon! Nein! Nicht ganz. Ich gebe dich zu Dr. Friedlanders Praxis. Drei Kilometer fast. Ja, ja, ja. Können sie jetzt ganz schön quatschen wieder. Ja. Es ist nicht schwierig, aber dein Therapistin hat es nicht genau zu transformational für deine Gesundheit. Also, ich weiß nicht, warum er besser wäre, um zu helfen, um zu helfen, um zu nicht funktionieren. Hey, das war deine Mutter. Ich glaube, es schlägt Yoga. Hopp, jetzt er schlägt Yoga. Literalisch. Wie Fabian? Auf der Kopf mit dem Laptop? Oh, ja. Wie, pow! Mein altes Mann hat den Mann's innere Tranquilität in der Hände? Ich bin ehrlich, und ich weiß, dass es karmisch karmisch ist, aber ja, ich fucking HATE den Mann. Ja, ich weiß, richtig? Ja, ich weiß, richtig? Er ist so auf sein eigenes Ass. Du bist ein fucking Contortionist. Woopie! Ich habe meine Schokolade all day long, und ich bin nicht all superior über das. Ich bin ein bisschen schlägt und empiezig. Over, Cher. Hey, der Mann war mit dein Mutter zu sprechen. Ich applaudiere dich, Papa. Hier, hier. Du bist, endlich, wie... Nein. Nein. Ja, mach es! Mach es! Mach es! Ich liebe, dass wir zusammen sind. Aber mach es nicht. Ja, nicht, wie... Ach so, rob ein Licker-Store. Das könnte, wie... Möde. Du bist all der Mood? Fucking Therapie. Let's do that shit. Hey, how about you just let your mom and me talk, okay? We got some issues. We gotta iron out. And seeing as you two aren't into it... Oh, yeah, yeah, yeah. Mann, oh, man. You can just sit there and be quiet. That's cool with me. I got all the prescription I need, and at least for the meantime. Thank you. So. Na, da müssen wir bald da sein, hier nur noch 700 Meter. Dr. Friedlanders Praxis. Mal gucken, was der uns wieder kosten wird an Gebühren. Können wir irgendwie runterfahren, um den Weg abzukürzen? Anscheinend nicht, ne? Na ja, gut. Ein Versuch was wert. Müssen wir doch hier vorne rumfahren, leider. So. Jetzt kommen die Dollarfelgen angefahren. Total crazy kaputte Familie kommt jetzt. zu Dr. Friedlander. So, hier können wir parken, nicht wahr? Michael? Kids? Let's go inside. Okay. Okay. So, gehen sie neben dem bunten Haus vor allem. Geil. Hello. Good to see you again, Michael. I'm so glad. Isn't this great? Fantastic. Michael, being positive. I am being positive. Manstophel. They take care of their children this year. They're all together. They're all together. I must say, the progress has been really fucking slow. How would you know what progress is like? You stupid murdering shit. Uh, gee, all you do is whine at me. Oh, all I do is whine. Michael, could you please stop murdering people? Michael, could you please stop endangering me and the both of your children? You kill people and then you sit in the sun and drink and feel guilty about it! That is not work! I don't see you complaining on the way to the fucking bank! I mean, let's face it, Amanda. We're trailer trash, you and me. We were taught to do this. Get a center, Michael. You have no center. How about you suck my cock? Huh? No way. We'll both get a center before that ever happens. You are such a fucking animal! A deranged animal! You fucking ain't right, I'm deranged! How could I not be? I should have had you locked up years ago, you stupid shit! Do it! Do it! I'll put you in the fucking ground with the rest of them. And that's really all the time we've had. Oh, but... I think we made some real progress there. He said nothing. Oh, uh, Michael. I hope this goes without saying, but... Family work is a little more expensive. What? Double and square. Of course. Take care now! Hey. So do you want to come home with me or what? I guess we'll give it a try. All right then. Kids! Do you want to tell them? Gib dich wieder zu Michaels Haus. 4.000 Dollar. Sie fahren hier hin, um 4.000 Dollar auszugeben, nur um sich zu bestreiten. Und der sagt nicht mal was dazu. What? Zum Geier. Oh, like maybe we still had a ways to go. You know, like... Maybe we need more time. Time for what? Time to move beyond screaming at each other. That was cathartic. Catharsis all over my face. Ooh, I got a warm fuzzy feeling. Probably just the meds you raided. Okay. Cathartic. All right. I just don't want it to be more of the same. Now you're the one making the demands? Oh, no, no, not demands. I'm saying you're right. Something was broke. And we got to work at fixing it. We do. All of us. Yes, mom. For real, peeps. Because I started to understand something in there. No one else gets this family. Not Dr. Friedlander, or my yoga teacher, or our tennis coach. Or the juice guy, or the dog walker. Oh, hey, hey. Or Jimmy's third grade teacher. Or the trash guy. Or dad's proctologist. Or the guy that thinks he's Jesus on Vespucci Beach. Or the hippie bum who thinks the world is ending. We're stuck with each other. I mean, how do you explain faking our deaths, changing our names, all the lying to the FIB, that monster Trevor? There's no explaining Uncle T. Hey, is he coming to the next therapy session? What? No. No. Jeez. Just one thing, Michael. Don't get us killed. And don't get killed. Can you do that? I give it my best shot. With every fiber of my being, I will do whatever it takes to make sure it doesn't happen. Promise. 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 So. Steigt aus. Kids. Rooms. If you find dead bodies, cheap women or Trevor Phillips, we're checking into the Rockford Hills Hotel. My Leichen, Plicky, Flittchen or Trevor Phillips. I had Trevor before the Tür stehen müssen. So. Missions-Zeit. Na. Leider nicht geschafft. Aber wir waren noch relativ zügig unterwegs. Verstehe ich nicht. Naja, egal. So, jetzt sind sie alle wieder zu Hause hier. Und die Perspektive ändert sich zu... Trevor nehme ich an. Oder ist das Franklin? Könnte Franklin sein. Trevor! Ach. Der zu tätowierte Affenarsch. Was macht der denn hier? So wie der aussieht. Geil. Oh, wow. Was hat denn der hier gemacht? Sich zugesoffen. Eieiei. Wo müssen wir denn hin jetzt mit dem? Hallo? Trevor, dein Boot steht da. Steig bitte ein. So, und wo geht's jetzt hin?